Hallo Leute, was geht? Ich bin's, Meisterly Mr. Single. Habt ihr euch gefragt, was Season 8 eigentlich entfernt hat? Nein, ich meine nicht Wail Lingwoods. Nein, ich meine nicht Lazy Links. Aber, was ich meine, Default Skins sind vom Arschsterben bedroht. Deswegen werde ich eine Runde mal in die Rolle eines Default Skins reinschlüpfen. Tschüss zu allen Sachen, die Battle Pass beinhalten. Den Tanz lasse ich aber drin, aber den Rest werde ich alles ersetzen müssen. Den einen, ich werde einen Tanz da lassen, damit ich den einsetzen kann. Damit man weiß, dass ich am Ende doch keine Default Skins will, sondern nur trolle. Wo habe ich diesen Tanz hin getrackt? Ahaha, aber der Rest... ...muss alles raus. Die Transformation ist fast beendet. Fehlt nur noch, dass ich hier alles ersetze. Nada. Niete. Nichts. Wiedersehen. Wir werden hier alles reinpacken in rosa. Wir werden gut getanzt, dann müssen wir uns wie ein T-Volt fahren. Okay, denke ich bin bereit. Einziges, was ich habe. Hallo. Das da. Das da. Los geht's. Wie viele werde ich reingelegen können? Let's go! Ich werde mich wie ein Default verhalten müssen. Oh je, wie verhalten sich die Defaults nochmal? Der Hängegleiter ist in Ordnung. Ich muss völlig gut aufpassen. Ich muss mich verhalten wie ein Default-Skin. Denken wie ein Default-Skin. Campen wie ein Default-Skin. Oh je, das wird krass. Okay, okay. Lass mich nachdenken. Nein, warte, Default-Skins denken nicht nach. Okay, ich darf nicht heilzu gut spielen. Verdammt. Mal sehen, wie viele sich mit mir anlegen werden wollen. Oh, ich habe schon welche. Oh oh. Danke! Hätte nicht gedacht, dass ich nochmal irgendwann mal einen Default Skin tragen würde in einem Video. Oh, Zone ist hier. Super. Muss lauschen. Ich weiß, dass hier welche sind. Default, Bruder. Perfekt. Eine weniger. Nichts. Übrigens, den Default Skin, den ich spiele, das ist mein Lieblings Default Skin. Pass auf, hier ist die Formstattung. Ich komme später nochmal. Okay. Oh, 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 oh. Ich bin ein Default Skin. Denk wie ein Default Skin. Reagier wie ein Default Skin. Handel wie ein Default Skin. Noch ein legendärer Format? Okay, was haben wir hier? Der gleiche Müll. Oh, okay. 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 Ich muss sagen, ich bin legit etwas nervös. Ich muss sagen, ich muss sagen, ich muss sagen, ich muss sagen. Sauna Was war das denn gerade? Okay, ist etwas weiter entfernt, als mir recht ist, aber okay. Was war das denn? Oh, nein, 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 nein. Top 15 Ich weiß, so handelt normalerweise kein Default-Skin, aber hey, es guckt gerade niemand zu, okay? Alles legit. Ich lege mich nicht an, Default-Skin-Modus aktiviert. Kein Bock, weißt du? Sollte jemand anderen. Woah, Hifa. Das war's. Zeit, eine meiner Taktiken auszupacken. Wie wäre es mit der Dusty David Fish-Taktik? Na? Erinnert sich noch an das Video? Oh, bin in der Infogase, dass ihr das nochmal nachbekommt. Oh. Lel. Da wurde intensiv gebaut. Weißt du, mich nicht beeinflussen soll? Denn ich bin da mal raus, ey. Perfekt, hier hat niemand die Steine abgerührt. Okay. Was ist das? Was ist das, was niemand sonst Interesse hätte? Legende, leere Pump. Komm an. Komm an. Na, geht auch. Bin dann mal weg. Bye. Oh, oh. 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 Tschüss! Bye! Bye! Have a beautiful time! Ahaha, der Zoo! Äh, was will ich denn hier los? Ah! Hm, vielleicht sollte ich mal den ganzen Zeug hier entfernen. Ahaha, der Zähnchen soll. Perfekt, ey! Ich spaß mir lieber bis dann die Letzten kommen. Bin gut gelootet. Nice. Default Skin am Start. Boah. Er denkt sich sicher so. Was ist der scheiß Default Skin? Oh, die Zone mag mich. Da guckt sich so. Ähm. Was? Und dann plötzlich. Ja, ja. Macht euch fertig. Ich hab echt kein Problem mit euch. Hm. 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 Noch vier weitere. Ai, ai, ai. Die Folz Skin sein macht Spaß. Soll ich mal probieren. Ich hab halt aufgedrappt andauble. Dad. Dädung. Wah. D 77, Alter. Ma выход am Tag, Quadra. Ah, wo ist die Rede? Das ist nicht gut. Wie ihr seht, schützt diese Methode vor ziemlich allem. Ich bleibe ja auch noch ein bisschen hier. Warte noch bis zur nächsten Zone. Oh mein Gott. Willkommen und denke, dass das nicht mehr seine Falle ist. Drei Leute noch. Drei Leute noch. Das war's für heute. Das sind jetzt zwei. Okay, ich weiß wohl, die zwei sind. Ich warte, bis die fertig sind mit dem ganzen Spiel, das Spiel allein. Okay, einer weniger. Okay. 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 Bye. Bye срав vielen die бойigen die